Hallo Leute, im zweiten Teil meiner Türkei-Reise 2012 muss ich zu meiner Schande gestehen, in Istanbul, im großen Bazar habe ich mich verlaufen und den Anschluss an meine Reisegruppe verloren. In Landestracht gekleidet, mit einem schnellen Taxi-Teppich, sause ich hinter dem richtungsweisenden Flugzeug hinterher und versuche so, in Avanos, im Sofa-Hotel, wieder Anschluss an meine Fotokameraden zu bekommen. So, liebe Gäste und Filmfreunde, das Sofa-Hotel in Kapadokien habe ich erreicht und stehe vor dem Haupteingang desselben. Gleich nach Bezug meines Zimmers werde ich einen Rundgang hier starten und nach einem möglichen Flugweg aus der Vielfalt des Hauses suchen. Gleich am Empfang fühle ich mich zunächst ein wenig wie auf einem Trödelmarkt und das Gefühl hört auch nicht auf, wohin ich auch gehe. Das Hotel liegt im Zentrum von Avanos, in der Nähe des Kizillermark-Flusses, dem längsten Fluss der Türkei. Es besteht aus einem Verbund von 15 alten Häusern, die zueinander geöffnet und im traditionellen Stil restauriert sind. Im Innenraum zwischen den Häusern liegt ein ungedeckter geräumiger Platz mit Tischen und Stühlen für die Bewertung. Schnell ist zu erkennen, die Anlage ist mit viel Geschmack und Liebe zum Detail erstellt und eingerichtet. Auch das Personal erscheint mir sogleich als sehr hilfsbereit. Ich kann mir nun schon gut vorstellen, dass uns hier ein angenehmer Aufenthalt geboten wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Durch niedrige Gewölbegänge, durch den Tuffstein unter den Häusern her und vielen weiteren kleinen Treppen dekoriert mit lokalen Handwerksprodukten wie Töpfer, Schmiedekunst, alten Möbeln, Werkzeugen und sonstigem führt mich der Weg zu meinem Zimmer. Dabei passiere ich zum höchsten Part der Anlage verschiedenartig dekorierte Sitzgelegenheiten. Vor meinem Zimmer eröffnet sich ein weiter Blick über die Dächer des 1100-Seelen-Ortes bis hin zu den zerklüfteten Bergen. Das Haus mit seinen außenliegenden Zimmerzugängen hat 33 Räume mit 70 Betten. Um sie aber zu erreichen, könnte man glattweg ein Navigationsgerät einsetzen. und damit wir für Führer gar kinda zusammen OOM auf spot und nach genauer mit einem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie auch zu Hause, bin ich andern Tags schon früh auf den Beinen und werfe um 6 Uhr ein paar Stufen abwärts schon einen Blick über die Dächer von Avanos Was ich dort erblicke, möchte ich schon als ein Highlight für den ersten Tag bezeichnen Eine Armada von Heißluftballons fährt direkt von dem Windengelenk auf den Ort zu und somit auch hart vorbei an meinem Standpunkt Naja, das macht ja noch etwas werden Denn für uns ist auch eine solche Fahrt avisiert Schnell begebe ich mich vors Haus Denn der Spuk mit den Ballons hält noch eine Weile an Es war nicht nur früh, nein sogar sehr früh So ziehe ich auch noch für erste Aufnahmen durch den Ort Wo mir schnell bewusst wird Hermann, hier bist du inmitten der Töpferkunst gelandet Hier gibt es sicher eine Menge festzuhalten dass wir in der Zeit noch nicht überOff Cit 쿵 Bueno schографischen Seiten Flixcom 14 40 40 rund 41 41 Für 10 Uhr ist heute Morgen eine gemeinsame Tour mit meinen Fotokameraden zum Wochenmarkt anberaumt. Mich treibt es aber weiter, denn ich habe noch Zeit und so erlebe ich den Ort mit seiner bunten Vielfalt bei bestem Sonnenlicht schon vor dem Frühstück. Ich finde hinter der Geschäftskulisse diverse Ruinen und eingebrochene Wohnhöhlen, die den Gedanken in mir aufquellen lässt, dass das eine oder andere Utensil aus den verlassenen Häusern mit Sicherheit im Sofa-Hotel verewigt ist. Vorbei an den Gelegen der Gänse auf einer kleinen Insel im Kizilliermarkt Plus und über die Brücke desselben gelangen wir nun zum Wochenmarkt. Der Markt, der immer freitagsvormittags auf dem Hauptplatz stattfindet, verleiht dem Ort, wie ich nun erlebe, ein geschäftiges Gesicht. Der Open-Air-Bereich des Marktes ist übersät mit schön im Gleichmals ausgelegten Gebrauchsgegenständen, wie Werkzeuge und Haushaltartikeln. Auch die bunten, überdachten Stände locken, wie man sieht, Touristen aller Nationen an. Die Vielfalt der hiesigen Obst- und Gemüsesorten, wie auch alle anderen Waren, bieten ein tolles Bild, also ein Mix wohlriechender Düfte, Farben, Kleidung, Tuchwaren und Menschen. Die Marktschreier überbieten sich gegenseitig in der Lautstärke, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Jeder von uns flaniert jetzt für sich durch das bunte Treiben und bewegt seine Kamera, um alles festzuhalten. Ich fühle und empfinde, wir Hobbyfotografen kommen so richtig auf unsere Kosten, denn die Einheimischen lassen sich meistens gerne fotografieren und lächeln schon mal stolz in die Kamera. Eine junge Frau bildet eine Ausnahme und verneint, auf meine Anfrage für ein Foto zu posieren. Ängstlich zeigt sie auf ihren Verlobungsring und dem Pasha, der von seinem Lehnstuhl aus mehrere Stände unter Kontrolle hat. Schauen wir einmal, ob mir wirklich ein interessanter Überblick gelingt. Schauen wir einmal, ob mir wirklich ein interessanter Überblick auf das ist. Ja, ja, ja. Abla buyurun. Abla buyurun. Epe demonstriert hier einmal, wie man als Tourist mit Speckmäuse fängt. Also die Zusage bekommt, sie für unser Interesse mit der Kamera festzuhalten. Um auch die Bewohner und Touristen der umliegenden Dörfer nach Avanas zu befördern, werden am Markttag vermehrt Kleinbusse eingesetzt, denn nur solche übernehmen hier den Linienverkehr. Gegen Mittag füllen sich die Reihen zwischen den Kaufständen, was zu weiteren Aufnahmen des Marktgeschehens animiert. Mit dem letzten der Marktfotos, die ich eigentlich nicht mehr missen möchte, wird nun das Ende eines wunderbaren, aufschlussreichen türkischen Kleinstadtmarktes dokumentiert. Nach der Mittagspause durchschreite ich den Ort, nun aber bei geöffneten Ladenlokalen, um noch weitere Dinge auf mich einwirken zu lassen. Das Städtchen ist für seine Töpferei mit komplizierten Designs und mutigen Farben weltberühmt. Mit Ipe, einem holländischen Fotokameraden, durchziehe ich noch einige Gassen und schieße mit der Kamera einen Vergleich mit einer alten Wohnhöhle, wie sie überall zu finden sind, zu einem Neubau, welcher noch heute dem Stil der geschwungenen Höhlen nachempfunden wird. In Kappadokien ist die Töpferei seit Jahrtausenden zu Hause und der kappadokische Ort Avanos ist eines der Traditionsreiche. Die Töpferzentren in Kleinasiens. Jedermann hier im Ort beherrscht die Töpferscheibe, weil die Kunst seit Generationen vererbt wird. In Familienbetrieben, wie auch beim Töpfer Hakan mit Werkstätten, die bereits über ein Jahrhundert in Betrieb sind, arbeiten sie heute noch althergebracht und nutzen dabei Höhlen als Basis für ihre Werkstätten und Verkauf. Die Tonerde für ihre Produkte wird aus den Kiziliermark, das heißt Roter Fluss und in umliegenden Hügeln gewonnen. Nach einem Tessentee gehen wir von einem Kellerraum zum anderen und bewundern Hakans Produkte. Sie sind so präziös und gleichmäßig gefertigt, dass sie wie Glocken klingen, wenn man darauf schlägt. Der Preis, den Hakan für drei große Amphoren nennt, klingt mir heute noch in den Ohren. In Amerika bekommt er je Stück 10.000 Dollar und hier vor Ort verlangt er 2.000 Euro dafür. Untertitelung des ZDF, 2020 Am späten Nachmittag machen wir uns einen Jux. Alle, die schon einmal in der Türkei waren, sind der Meinung, wir sollten einen Besuch beim Friseur nicht verpassen. Dort werden uns eine Stunde lang für umgerechnet 5 Euro die Haare geschnitten, eine scharfe Rasur gemacht, die Ohren ausgeflämmt und dazu der Kopf massiert, wie auch eine Rückenmassage verpasst. Also los, vier Mann sind wir und rein zum Barbier. Die Fotoapparate scharf gemacht und schon beginnt der Spaß. Musik Der Himmel trübt sich gegen Abend etwas ein, aber dennoch geht die Tour weiter. Aus der Höhe, etwa 100 Meter über der Ortschaft, habe ich hier einen fantastischen Blick über den roten Fluss hinweg, zu Avanus II möchte ich einmal sagen. Das heißt der neuere Teil der Stadt, mit modernen Wohnungen. Hier befindet sich auch der Friedhof. Musik Nun ist in den Jahrhunderten die Erde überall für Wohnzwecke ausgehöhlt worden. Auch hier wurde in dem Tuffstein gebuddelt, selbst unter den Grablegen. Häufig tut sich die Erde auf und wegen fehlender Aufzeichnungen werden unterirdische Anlagen plötzlich noch unbekannt frei. Heute ist weiteres Ausgraben allerdings nicht mehr gestattet. Zurück auf einen fast endlos stufigen Weg zum Hotel, erblicken wir dann abschließend noch einmal die Reste der alten Besiedlung hinter der Geschäftsmeile. Die neue Wohnbebauung jenseits des Flusses macht es nun für die Bevölkerung möglich, erheblich menschenwürdiger zu wohnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zucker ist der Größerem auch in die Pfosten. Die neue Wohnbebauung der Brille hat nicht mehr gestimulatur. Sie haben eine Abenteuerung für die ganze automobile in die Erde aber nicht mehr gefüllt. Hier haben wir die Einstück, im Abenteuerung. Das ist eine Abenteuerung für die BPa zu unterschneiden, die viel Leibungen in der Zeitung nicht mehr ablondern. Die neue giusteuerung der Brille mit. Und die Erleugung für die Wörterung gesch descon. Nach dem Ruf des Moecins möchte ich noch anmoderieren, dass vom Sofa Hotel aus noch weitere Exkursionen ausgeführt werden, von denen ich in einem weiteren Teil meiner Türkei-Reise, dem dritten also, berichten werde.